Zvetzdan Zebinak war ein jugoslawischer Fußballspieler und Trainer. Karriere Zebinak wurde mit Partisan Belgrad dreimal jugoslawischer Meister, ehe er nach Deutschland wechselte. Dort spielte er zwischen 1967 und 1971 in 93 Bundesligaspielen für den 1. FC Nürnberg sowie Hannover 96 und schoss insgesamt acht Tore. Während dieser Zeit wurde er 1968 deutscher Meister mit dem 1. FC Nürnberg und stand am 2. Dezember 1967 beim legendären 7-3-Sieg gegen den FC Bayern München auf dem Platz. Er absolvierte 20 Länderspiele für das ehemalige Jugoslawien. Nach seiner Spielerkarriere war er Trainer in der Schweiz. Erfolge 1961-1962-1963 Jugoslawische Fußballmeisterschaft mit Partisan Belgrad 1968 Deutscher Meister mit 1. FC Nürnberg Sonstiges Bis heute wird spekuliert, dass Zvezdan Zebinak für seinen weniger talentierten Zwillingsbruder es er denn vor der Saison 1965-1966 ein Probetraining beim 1. FC Köln absolvierte, um ihm zu einem Vertrag zu verhelfen. Das ist ein sehr, 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 Vielen Dank.